Blaulichtfilterbrillen. Die neue Zeit bringt immer neue Themen. Das heißt, mittlerweile verbringt jeder so viel mehr Zeit vor dem Computer, dass das eine Auswirkung mittlerweile auf die Sehschwächen hat. Das heißt, viel mehr Leute brauchen Brillen, weil sie mir das nicht gewohnt sind, so lange auf PCs reinzuschauen. Und da hilft der Blaufilterglas, um das Auge ein bisschen zum Entspannen und einfach die längeren Zeiten, die wir vor dem Bildschirm verbringen, angenehmer zu gestalten. Auch sowas kriegt ihr bei uns von Rolf. Und ich glaube, das ist auch was einfach den Zeitgeist widerspiegelt. Und wir versuchen da natürlich immer an der Top zu sein und euch das Beste zum Liefern, was es auf dem Markt gibt. Und das sind Blaufilter Arbeitsplatzbrillen, die ihr bei uns in High-End-Qualität beziehen könnt.